Es gibt überall nur Friedgänger und Querschläger. Gibt's denn in Deutschland gar keine richtigen Pazifisten mehr? Doch! Die Bundeswehr. Die Bundeswehr, eine Armee des Friedens. Wenn alle Armeen der Welt so gut nicht funktionieren würden wie die Bundeswehr, dann wäre der Weltfried längst eine geliebte Utopie. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner fliegt hin. Wir sind die Biberbundeswehr, wir schießen nicht für rum. Wir sind die Biberbundeswehr, wir schießen nicht für rum. Schott ist das Shisha-Shis, für wer der Lauf ist, schief rum. Schott ist das Shisha-Shis, für wer der Lauf ist, schief rum. Es rappelt hier, es klappert da, es geht in Zweier. Frau Bamm, wir sind die Biberbundeswehr, es war Verteidigung.